Heute gibt es wieder mal sieben extrem hilfreiche Workflow-Tipps für Logic Pro. Wenn du mich schon eine Weile verfolgst, kennst du vielleicht einige oder sogar die meisten von ihnen, aber einen kennst du ganz bestimmt noch nicht. Den habe ich nämlich erst selber vor kurzem kennengelernt und allein für den lohnt es sich dran zu bleiben. Starten wir. Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist auf meinem Kanal, lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Aber auch wenn du nicht mit Logic arbeitest, lohnt es sich immer mal wieder reinzuschauen, denn ich mache nicht nur Logic-spezifische Sachen. Heute geht es aber speziell um Workflow in Logic und wie du den verschnellern kannst und ich gebe dir sieben Tipps, wie du effizienter in Logic arbeiten kannst. Wenn du schneller und effizienter in Logic arbeiten möchtest, empfehle ich dir auch unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir nochmal zehn Tipps, wie du schneller, effizienter und zügiger in Logic arbeiten kannst, um Nerven zu sparen und um Zeit zu sparen. Das habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Als PDF kannst du dir einfach runterladen. Dann unbedingt empfehlenswert meine Logic-Workflow-Checkliste. Und jetzt geht es los mit Tipp Nummer eins. Dieser Tipp ist besonders hilfreich, wenn du viel mit Software-Instrumenten arbeitest und Arbeitsspeicher sparen möchtest. Wenn du das schöne Rädchen drehst, das jeder Apple-Benutzer kennt oder jeder Mac-Nutzer kennt, wenn du das öfter siehst, dann hast du wahrscheinlich zu wenig Arbeitsspeicher oder hast Software-Instrumente, die sehr viel CPU saugen. Und deswegen gibt es hier Möglichkeiten, um Arbeitsspeicher einfach zu sparen in Projekten. Und zwar kannst du das machen, indem du jetzt hier auf eine Spur oder auf einen Spur-Header von dieser Spur hier rechts einen Rechtsklick machst, da war schon das Rädchen wieder, und hier ein auswählst. Was jetzt passiert ist, dass du Spuren ausschalten kannst. Das heißt, du kannst die direkt aktivieren und sie werden dann auch nicht mehr geladen. Und wenn ich das Projekt jetzt hier schließen würde und würde es neu starten, dann werden die Spuren deaktiviert oder die Plugins werden deaktiviert. Das heißt, das Projekt würde schneller laden. und ich hätte Arbeitsspeicher freie. Also wenn du jetzt zum Beispiel 20 Software-Instrumente von, nennen wir keine Namen, nennen wir Namen, Native Instruments, das heißt, die sehr viel Arbeitsspeicher schlucken, dann kann es sinnvoll sein, dass du ein paar ausschaltest, wenn du ein neues Instrument einspielst, irgendeine große Orchester-Library oder die Electric Sunburst schluckt auch sehr viel CPU. Kann es sein, zumindest beim Einspielen, wenn du einige Spuren deaktivierst, dass du Arbeitsspeicher sparen kannst. Aber es kann auch nützlich sein, wenn eine Spur eigentlich fertig ist, auch mit allen Effekten und so weiter. Und du bouncest sie hier direkt ins Projekt rein, aber du traust dich noch nicht so ganz, die Originalspur zu löschen, möchtest aber nicht, dass sie dir zu viel CPU frisst. Dann kannst du so eine Spur hier einfach ausschalten und deaktivieren und verbrauchst du mit weniger Arbeitsspeicher. Noch ein kleiner Bonus-Tipp hierzu und das ist der Low-Latency-Modus. Den kannst du erreichen und ich erkläre dir gleich, um was es geht, indem du hier einen Rechtsklick machst hier oben und gehst auf Steuerungsleiste und Anzeige anpassen und dann auf Low-Latency-Modus. Auch das ist hilfreich. Da siehst du hier diesen Tempomat oder Tempo-Tacho hier. Wenn du den anklickst, dann umgeht Logic einige Plugins, die besonders viel Arbeitsspeicher fressen und die Latenzen erzeugen können, wenn du einspielst. Das also als Zusatztipp, wenn du mit vielen Software-Instrumenten, mit vielen virtuellen Instrumenten arbeitest, den Low-Latency-Modus einschalten. So große Halts werden dann zum Beispiel nicht geladen oder einfach Plugins, die sehr viel Arbeitsspeicher benötigen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2 und der bezieht sich auf den Mixer. Wenn du ein sehr großes Projekt hast, wie das hier, in dem ich jetzt unglaublich viele Spuren hier aufliegen habe und in dem das Routing einigermaßen kompliziert ist, also hier geht's jetzt tatsächlich noch, aber wenn du unglaublich viele Aux-Tracks hast, die du angelegt hast und du das Routing nicht mehr so ganz überblicken kannst, dann kann es nützlich sein, wenn du diesen Trick hier anwendest. Und zwar sehe ich jetzt zum Beispiel hier, du hast die Pianospur und die ist Boost 13 zugewiesen und jetzt viel Spaß beim Suchen, wo ist denn eigentlich Boost 13, ja. Jetzt muss ich hier durch meine ganzen Instrumente durch und dann habe ich hier meine Effekte hier hin und irgendwie und jetzt ist hier Boost 13, aha, das ist ein Reverb. Sehr spannend, aber ich habe lang gebraucht, um es zu finden und es gibt eine viel einfachere Möglichkeit in Logic, um es zu finden. Und das ist, wenn du diesen Send hier, also entweder den Schalter oder den Send direkt, mit Shift-Klick anwählst und dann siehst du, was hier passiert. Bling, bling, bling. Dann zeigt er oder blinkt oder markiert er dir den zugewiesenen Aux-Track und du kannst dein Routing wesentlich schneller hier nachverfolgen, ja. Also ich gehe hier nochmal drauf, Piano Boost 13, ich muss ja nicht ewig suchen, sondern ich mache Shift, klicke entweder hier drauf oder ich klicke hier direkt aufs Rädchen, wo ich den Send praktisch regeln kann und sehe sofort, ah, okay, Boost 13, wir sind im Reverb. Das ist echt nützlich, wenn das Routing kompliziert ist, deinen Aux-Track zu finden oder die zugewiesenen Aux-Tracks zu finden und das Routing zu verfolgen. Eine andere Sache, die viele Logic-User nervt, ist, dass man hier die, was man in vielen anderen DRWs kann und hier leider immer noch nicht kann, ist, dass du im Mixer die Spuren hier nicht sortieren kannst. Also ich kann jetzt nicht einfach diesen Synthesizer hier neben denen ziehen oder wie auch immer das geht, nicht dazu musst du dir Spuren anlegen, ja, wenn du das möchtest und dann hast du die Spur hier im Arrangierfenster und kannst die hin- und herschieben. Das ist, da gibt es einen komplizierten Weg, ja, wenn ich zum Beispiel dieses Delay hier automatisieren möchte, für, naja, sagen wir mal, für, ja, die PS-Rails, für diesen Synthesizer, dann könnte ich jetzt hier bei Optionen gehen und dann Spur für ausgewählte Channel-Strips erzeugen wählen. Aber da muss ich auch mit der Maus wieder ewig rumklicken und das nervt natürlich tierisch. Und es gibt einen Shortcut dafür, das ist einfach Ctrl-T. Ja, ich bin hier auf meinem Delay und ich habe ausgewählt, dass ich hier das Delay direkt hier drunter haben möchte. Dann mache ich Ctrl-T und zack, habe ich hier zunächst mal im Arrangement-Window, das kommt schon wieder das Rädchen, ja, wenn man drüber spricht, dann habe ich hier im Arrangement-Window zunächst mal mein Delay, das ich zum Beispiel jetzt hier bequem automatisieren kann, wenn ich jetzt hier irgendwas für diesen Synthesizer hier automatisieren will, das direkt drunter legt und es ist auch direkt jetzt hier neben diesem Synthesizer P-Swells und wenn ich es jetzt hier verschiebe, dann verschiebt es sich tatsächlich auch im Mixer. Du siehst, es ist jetzt hier rumgesprungen. Also so kannst du einfach Spuren im Mixer hin und her schieben. Die nächsten beiden Tipps beziehen sich auf das Arrangement-Window oder das Arrangement-Fenster. Was oft passiert, wenn du zum Beispiel komplette Projekte von Kunden bekommst, ist erstens mal, dass sie schlecht beschriftet und nicht gut eingefärbt sind. Ja, da kannst du nicht viel dagegen machen, aber es passiert auch oft, dass du, die du hier siehst, dass die Spuren alle unterschiedlich groß sind und das ist natürlich auch total unübersichtlich und stressig, weil hier die Overheads-Spur ist richtig klein, die Tom-Spur ist klein, die Tom-1-Spur ist groß und das ist extrem nervig. Jetzt kannst du natürlich versuchen, manuell das irgendwie alles hinzuziehen, dass du auf die gleiche Größe herst, aber Gott sei Dank gibt es auch einen Shortcut, der ist ganz einfach. Du hältst die Shift-Taste gedrückt und klickst hier zwischen zwei Spuren, ja, Shift-Taste gedrückt halten, zwischen zwei Spuren klicken, zack, jetzt sind alle Spuren gleich groß. Wenn ich jetzt hier das nochmal ins leere Feld klicke und Command-Z oder einfach nur Z drücke für Zoom, dann habe ich hier ein sauberes, übersichtliches Fenster und habe die Spuren eben alle gleich groß, was wesentlich übersichtlicher ist. Gleich nochmal ein Tipp hier fürs Arrangement-Fenster und das, den mag ich besonders gerne, ist ein Zoom-Tipp, wenn du Spuren editieren möchtest. Ich meine, das ist jetzt ganz toll, du bekommst das Projekt jetzt hier neu von einem Kunden und ich sehe das hier auch alles so einigermaßen, aber ich würde jetzt gerne die Spur, die ich anklick, gerne groß haben, dass ich sehe, was passiert denn jetzt hier drin eigentlich und jetzt gehe ich in diese Spur hier und die möchte ich jetzt auch groß haben und da muss ich die aber auch wieder groß ziehen und dann sind wir wieder da, wo wir gerade angefangen haben, dass wir lauter halb großgezogene Spuren haben, dass das total unübersichtlich wird und deswegen gibt es eine Auto-Zoom-Funktion. Die Auto-Zoom-Funktion bedeutet einfach, dass die Spur, die du anklickst, dass die automatisch gesoomt wird und das geht über den Shortcut Ctrl-Z. Ctrl-Z und jetzt wird automatisch die Spur, die ich angeklickt habe, vergrößert. Das siehst du hier. Die wird größer gemacht und beim Editieren ist es super nützlich, wenn du jetzt irgendwelche stillen Stellen rausschneiden möchtest, die du zum Beispiel gar nicht brauchst. Wenn es hier noch immer noch so ein bisschen unübersichtlich ist, es ist sehr, sehr klein, sind die Waves jetzt hier, auch weil es ein großes Projekt ist, kannst du auch hier draufklicken und kannst die größer ziehen, dann kannst du genauer reingucken. Wenn du den Auto-Zoom wieder abschalten möchtest, machst du das über den gleichen Befehl, nämlich über Ctrl-Z und das war es schon. Jetzt sind wieder alle Spuren gleich groß. Weiter geht es mit ein paar Tipps zur MIDI-Bearbeitung. Schauen wir mal an, was ich jetzt hier gemacht habe. Das ist meine eingespielte Drum-Spur hier über Addictive Drums. Die klingt so und ist nicht quantisiert. Habe ich einfach über das Keyboard eingespielt. Also alles krumm und schief, hört sich nicht wirklich gut an. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und Achtung, jetzt kommt der Tipp, von dem ich denke, dass viele noch nicht kennen. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, du kannst es hier drin quantisieren, du kannst es aber auch direkt im Spurheader quantisieren. Da bin ich jetzt hier. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auswählen, dass ich ganz brutal, eine richtig dreckige Quantisierung einfach alles auf 16. Und wenn ich das jetzt mache, siehst du oder hast du gesehen, dass alle Noten genau ins 16. Raster springen. Und das klingt natürlich oder klingt oftmals etwas unmenschlich, weil es jetzt gerade, sehr, sehr gerade ist und weil du überhaupt kein menschliches Feel mehr hier drin hast bei den Noten. Und das ist in der Regel nicht so gut, um einen richtig guten Groove zu erzeugen und so ein menschliches Feeling hier drin zu haben. Deswegen gibt es eine Quantisierung, das wusste ich tatsächlich selber nicht, das ist eine intelligente Quantisierung. Ja, ich mache die Quantisierung jetzt nochmal aus und wenn ich jetzt hier wähle, das Ausklappfenster, gibt es eine, das heißt nicht intellektuelle Quantisierung, sondern intelligente Quantisierung. Wenn ich die wähle, quantisiert er mir auch auf 16 in dem Fall, aber er macht es nicht ganz so krass, jetzt hast du gar nicht gesehen, dass sich was verändert hat, es war nicht alles offen. Er quantisiert auch auf 16, aber eben achtet er da drauf, das siehst du zum Beispiel hier, dass wir einfach noch den Human Touch drin haben, das heißt, die Noten liegen nicht hundertprozentig genau auf dem Grid, auf dem Raster hier, sondern sie sind so ein bisschen dahinter, sind so ein bisschen daneben, ein bisschen davor und das ist die intelligente Quantisierung, die ich wirklich sehr, sehr cool finde. Ich habe es schon ein paar Mal damit rumprobiert. Klingt wirklich wesentlich menschlicher und nicht so krass durchquantisiert, wie bei der normalen, brutalen Quantisierung, sage ich mal. Bevor ich gleich noch zu zwei Bonustipps komme, hat es dir bis hierher gefallen, wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir das in die Kommentare schreibst oder wenn du noch vielleicht einen coolen Workflow-Tipp für Logic hast, den ich oder die anderen Abonnenten noch nicht kennen, schreib es dann bitte unten sehr, sehr gerne in die Kommentare. Den nächsten Tipp, den ich dir zeigen möchte, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe hier offensichtlich einen Bug im Moment in dieser Version. Zeigst dir aber einfach trotzdem. Was du hier siehst, das ist eine Drum-Spur und das ist ein bisschen komisch jetzt hier, denn du siehst hier, dass die Snare-Drum-Schläge hier mal länger sind und mal kürzer sind. Das kommt einfach dadurch, dass ich es über das Keyboard eingespielt habe und das sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus und es ist nicht wirklich übersichtlich. Und es gibt eine einfache Möglichkeit, hier alle Noten gleich lang zu machen. Ich wähle jetzt mal Zwecksübersicht, einfach nochmal die klassische Quantisierung und machen wir die nochmal ein. Zack. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, also ich arbeite immer viel lieber damit, wenn alle Midi-Events, gerade bei Drum-Spuren, ist es eben einfach wichtig, wenn alle Midi-Events gleich lang sind. Und das kannst du ganz einfach erreichen, indem du Shift-Alt gedrückt hältst und dann die Noten ziehst. Und jetzt siehst du, dass alle Noten gleich lang sind. Jetzt kann ich das hier so ziehen, wie ich möchte. Und jetzt ist die Sache hier viel, viel übersichtlicher und wir haben lauter gleich lange Midi-Events. Finde ich viel, viel übersichtlicher, weil es einfach irgendwie verwirrend ist bei einem Drum, wenn da die Bass-Drum irgendwie immer länger ist oder das Bass-Drum-Midi-Event länger ist als das Snare-Drum-Midi-Event, obwohl es ja nur ein Schlag ist, der gleich lang dauert. Es gibt noch eine Möglichkeit, die ist jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen, weil ich hier tatsächlich einen Bug habe. Ich habe, oder ich vermute es zumindest, ich habe dieses Drum hier live eingespielt mit dem Midi-Keyboard und es kann gar nicht sein, also es hat mir jetzt eingezeichnet, es kann gar nicht sein, dass die alle die gleiche Lautstärke haben. Und wenn ich jetzt hier mit meinem Velocity-Tool, das habe ich mir als Rechtsklick-Tool angelegt, wenn ich jetzt hier versuche, das Verziehen auf 127, dann gibt es trotzdem keine andere Farbe mehr. Also das heißt, der Schlag wird tatsächlich leiser. Ich kann das auch hier sehen an diesem kleinen Streifen. Aber normalerweise müsste sich die Farbe jetzt ändern. Ich weiß nicht, habe ich jetzt aus Versehen was verstellt oder ist das nur ein Bug? Das ist jetzt nicht so tragisch, solange ich es hören kann. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, alle Noten, wie ich es jetzt gekürzt und verlängert habe, alle Noten gleich laut zu machen. Das sind sie jetzt im Moment oder sieht zumindest so aus. Aber falls es bei dir nicht so ist oder bei dir sollte es eigentlich nicht so sein, gibt es die Möglichkeit auch, auch wieder Shift-Alt gedrückt halten. Und siehst du, wenn ich jetzt hier auf Velocity gehe, dann haben alle Noten die gleiche Anschlagsstärke. Du siehst es jetzt leider nicht über die Farbe wegen dieses besagten Bugs oder was auch immer, aber du siehst, dass die Streifen sich verändern. Also jetzt sind alle Noten gleich laut. Sie haben alle die volle Anschlagslautstärke von 127 und sollten jetzt eigentlich alle rot sein. Sind sie jetzt in dem Fall nicht. Ist aber egal. Der Tipp hilft dir trotzdem was, wenn du es bei dir anwendest, funktioniert es. Das war's. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst oder wenn du vielleicht sogar ein neuer Abonnent wirst. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann. Ich hoffe nochmals, Vielen Dank.